so da bin ich wieder Prozent mehr als Bissinger an die Städte Tiers nein weil ich beschäftigt ich bin auch das ist keine 10 Sekunden wie ja nicht dann warte ich mal kurz bis zum Payday Payday ja okay so lang war ich jetzt auch nicht ja weg Alter ganz im Ernst der Erik hat so eine andere Waffe was lass mal gleich wagen oh Gott ich töte den jetzt nur noch da ist da ist er die Rache jetzt inzwischen sehen nur ist es hier nicht aus aber inzwischen durch das Ziel haben damit er weil ich auch damit er er ja ich mich durch die Tatte aber er ist weg da ist er hehehehe 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 Enderwände fast wir hätten wir zwar gewirken können aber wie das mache ich hab nicht mehr Bekupfwort es so bei der Wurzel und natürlich noch was hat zu werden welcher dumm ist jetzt nicht ich bin ich bin ich ja zu kommen ja war zu erwarten aber wir leben noch vielleicht er hat keine Waffen benutzen bei der M-Zone das würde alles erklären okay, buggy, buggy unsichtbar erwarten er ist wahrscheinlich auch so, what the fuck gut, noch 4 Minuten gleich noch 3 das ist ja krass, nach 4 kommt 3 und dann noch 2 und dann 1 und dann ist es auch schon wieder geschafft schon wieder der war doch gerade erst oh, jetzt ist mein Fahrrad weg Scheiße Momentchen kann ich mich leisten dann muss ich halt laufen ist er nicht so schlimm wir können ja dann bald fliegen wie eine Biele ok, weil du kurz wissen, ob es das geht weil ich vorhin hatte eine gute Ehre gesagt es ist und ich wusste doch, dass er schlecht ist ein schlechtes Mensch dann können wir so gezielt, wir haben schon wieder ein bisschen Leben verloren wo haben wir das verloren? Hunger oder? ähm weil das andere wünscht das weiß ich jetzt nicht auswendig aber was ich auch nicht weiß, dass ich jetzt hier rausgehe ja, der Zanderer, der auf dem Bus wartet hucke das ist wirklich krass also, Multiplayer Sonst hat er sicherlich zu sich und hat aufs Taxi gewartet ach 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 ich wollte nicht drauf springen, aber der hat irgendwie nicht funktioniert wie ich wollte so auch er sagt in der Wasserstelle das war gut nur doch hat es ist 104 und Spieler das nicht wenig mehr aber es sind ein Abmenschung oder kaum wir haben hier abnehmen man war es auch schon mal ich dachte ne, ja zwar atmend aber es läuft ja muss sagen die Spiele hier wurden echt gut unter Kontrolle gebracht ähm vor allem mit dem Fahrstil als das ist ja was, was ich echt nie erwartet hätte damit Leute auf, okay dann war ja natürlich nicht das beste Beispiel hier gerade alles so, aber es gibt auf jeden Fall äh, vieles am Weg selber wo die Leute viel schlechter fahren das hier ist echt noch Paradebeispiel so, dann ja, die eine Minute, die vergeht ja wie im Flug und mir kannst du den Stadteil angeben also komm so kannst du den Payday warten? lot wie Hindi, ja passt zu ihm komm schon komm her du überfällst mich dann mach ich dich kaputt so mich nochmal überfällst dann gibt's noch mehr 6,60, komm 6,60, heiß, wenn ich 60 Minuten um oder? eigentlich ja schon wir werden gleich wieder versuchen, mich zu töten ich werde darauf gefasst sein das war eine zu aggressive Annäherung komm nachher ich muss mich provozieren oh gut gut tun wir uns so zu einem feste ich, okay Stadthalle das gibt es doch nicht so jetzt ist aber Schluss hier ne, jetzt hab ich kein Bock mehr sterb sterb einfach schon bisschen die andere ist doch echt das Spiel nie ne, hättest du nur den normalen Kappstil drauf oder was ich komme aber nicht weit ich kriege meine Kung Fu-Skills hier ich hab jetzt eine Waffe dann wirst du noch schneller gehen aber ich hab natürlich Geld für eine Diegel ich hab auf Gott noch 3k aber das ist trotzdem nicht viel wenn man die 300 Dollar eintritt äh, wir rechnen mal was ertrinken wenn ich so jetzt hier irgendwann mal so ganz persönlich einkaufen gehen will da muss ich auch 300 Euro zahlen damit ich überhaupt rein darf lol jetzt aber noch ding 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 macht lol auf jeden Fall alter so lässt du mich so das gibt es doch nicht Mann ist der irgendwie behindert so in dem Gelände mal rennen doch im Kreis bist du wie behindert? ach ja sagt er sein Name ich will eben er verloren hat und ich verloren habe ich will doch nur einen Scheiß-Jobber nehmen, Mann heisst du kommst weniger von ich weiß nicht genau dass er um funktioniert nur warten bis er zurückkommt Scheiße Komm schon Mein kleiner Finger Mein langer kleiner Finger, weil ich hab Sprinten aufs Schiff gelegt Schiff